Ab sofort ist diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Maisonette-Wohnung liegt in Münster. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche sowie einen Tiefgaragenparkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Die Wohnfläche der Maisonette-Wohnung liegt bei ca. 68 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Maisonette-Wohnung beläuft sich auf 703 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das Objekt. Das Objekt. Dann wird die Koerbiet-Wohnung des Wohls. Die Zwiebel ist ein naug.